Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lerner und schau ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar auf dich, heute will ich so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein nettes Toy, das wir über eine World Quest hier in der neuen Zone aus 10.1 bekommen können, so rum, und zwar aus der Taralekhöhle. Und dort haben wir eine World Quest etwa hier unten und die habe ich jetzt gerade hier schon mit dem Twink erledigt. Ich zeige euch das mal auf einem anderen Char, die haben wir nämlich hier, alles was glänzt, schimpft sich die. Und ihr seht, hier kriegen wir einfach ein Gear Item, wir kriegen aber, wenn wir Glück haben, auch noch ein Hidden Toy dazu. Und dieses Hidden Toy habe ich jetzt mit dem Twink mir schon einmal erspielt und da können wir jetzt mal kurz reingucken. Das habe ich hier schon im Inventar, das heißt klebriger Glitzerschuppenklumpen und ich habe jetzt diese World Quest mit 61 Chars gemacht. Ihr könnt die World Quest nur mit einem Max-Level Char machen und ja, wenn ihr die abgeschlossen habt, dann könnt ihr die, bis sie das nächste Mal aufploppt, halt nicht mehr machen. Ich habe den Vorteil, ich habe halt 70 Max-Level Chars und habe die jetzt die letzten 1-2 Stunden da mit sehr vielen Chars durchgeballert. Die Chance ist dementsprechend relativ gering, dass das Ding droppt. Wir hatten aber auch Leute im Stream, die es anscheinend First Try gekriegt haben, das ist halt ein bisschen eine Glückssache. Ich vermute jetzt mal, es wird eine 1% Chance sein, dass das Ding quasi zusätzlich droppt. Gut, soviel dazu. Dann schauen wir uns mal das Teil an. Schleudert einen Klumpen Glitzer, Schuppen Glitzer auf euer Ziel, aber Vorsicht, das Zeug kommt überall hin. Okay, wir lernen das jetzt mal, probieren das aus. Ich habe jetzt hier meinen anderen Schader schon mal bereitgestellt. Komm, den mounten wir jetzt mal ab, dass wir es vielleicht auch vernünftig sehen. Machen wir es mal so. Also, der hat da auch noch irgendeinen Glitzer drauf, den klicken wir jetzt mal weg. Achso, das kann man nicht alles wegklicken, schade. Weil ich vermute mal, dass Toy macht was ähnliches, dass wir hier glitzern. Oder vielleicht kann ich es auch auf mich selber schmeißen, mal gucken. Also, da haben wir es. Nehmen wir uns mal selber ins Target. Ah, das geht auch auf einen selber. Und, wer hätte es gedacht, wir glitzern damit. Okay. Ja gut, also sonderlich. Es ist ganz nett. Seht ihr, wir haben wie so einen Sternenstaub, ziehen wir da hinter uns her in allen verschiedenen Farben. Sieht eigentlich ganz witzig aus, muss ich sagen. Und ja. Mehr macht es tatsächlich nicht. Es ist aber wieder ein teuer mehr. Und wie gesagt, wenn ihr es farmen wollt, dann solltet ihr Ausschau halten nach der Worldquest. Und am besten mit allen Max-Level-Charts, die ihr habt, die Worldquest abklappern. Viel müsst ihr dafür tatsächlich nicht tun. Und zwar ist es so, dass wir da einfach nur durch solche, ja, so Glitzerdinger durchfliegen müssen. Hier mit dem Charby sitzt nur offen. Seht ihr, da fliegen wir einfach nur durch. Und das Ding ist in einer Minute abgeschlossen, wenn ihr halbwegs gut zielen könnt. Jutsi, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Tollguide. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.